Nachdenkseiten Die kritische Website Argentinien. Von der, in Anführungszeichen, verbrannten Erde zum Wiederaufbauprogramm von Alberto Fernandes. Ein Bericht von Federico Füllgraaf, verantwortlich Redaktion. Buenos Aires, den 10. Dezember. Nach der Regierungserklärung des neuen Präsidenten und der Vizepräsidentin vor dem Parlament, folgten Kolonnen zigtausender transparente und fahnenschwingender Menschen dem Weg Alberto Fernandes und Cristina Fernandes de Kirchners zur Verteidigung im Regierungspalast Casa Rosada. Trotz der extremen Sommertemperaturen, die die 12 Millionen Metropole am La Plata peinigten, breitete sich ein Menschenmeer vom Plaza de Mayo in Richtung der nahegelegenen City aus. Männer und Frauen, Junge und Alte, sangen in Chören und tanzten zum Klang der karibischen Kumbia. Nicht wenige weinten und umarmten Familienangehörige und Freunde. Mit politischen Ansprachen, feurigen Reden und Ermutigungen dauerte der Siegestaumel bis in die frühen Nachtstunden. Der Himmel immer wieder aufgehellt durch Kanonaden von bunten Feuerwerk. In den vergossenen Tränen bahnten sich gemischte Gefühle den Weg. Es war die Freude über die Wende, gepaart mit der Erleichterung über in Anführungszeichen Magrís Ende, über das Ende der inkompetentesten und rabiatesten argentinischen Regierung der vergangenen zwei Jahrzehnte. Fernandes' sozialdemokratische Neugründung Argentiniens Alberto Fernandes' Regierungserklärung vor dem komplett besetzten Parlament und ausländischen Gästen, zu denen Kubas Präsident Miguel Dias Canel, die ehemaligen Präsidenten Uruguays und Écuadors José Pepe Mujica und Rafael Correa, jedoch auch der brasilianische Vizepräsident General Hamilton Murao zählten, dauerte eine volle Stunde und vier Minuten. Mit akribischer Diagnose des kranken Argentinien verwies der zum neuen Staatschef gewählte, 60-jährige Juraprofessor auf Magrís sogenanntes Erbe. Ein Scherbenhaufen mit 4,5 Millionen neuen Armen, mehr als 20.000 zerstörten kleinen bis mittleren Industriebetrieben, eine Auslandsverschuldung von über 200 Milliarden US-Dollar und eine 53-prozentige Inflation. Hierauf präsentierte er eine Art einheimischen Marshallplan, der einer obligatorischen Teilneugründung von Staat und Rechtssystem gleichkommt, sowie einer kühnen wirtschaftlichen Wiederaufbaustrategie, die mit einem sozialen Notstandsprogramm zur Unterstützung des Millionenheeres verarmter Rentner, arbeitsloser Frauen und unterernährter Kinder startet. Außer den in Brasilien bewährten, 2008 vom Präsident Luiz Nathio Lula da Silva beschlossenen, antizyklischen Maßnahmen wie der Belebung des Binnenmarktes, sprach Fernandes zum ersten Mal auch die Dringlichkeit einer einheimischen, wissensbasierten Ökonomie an, womit das Land seinen technologischen Rückstand überwinden soll, aber sich auch als Anbieter fortschrittlicher Technologie künftig als Weltmarktakteur profilieren kann. Mit seinem wiederholten Aufruf zur Beendigung der Hassfäden in der ideologischen Auseinandersetzung setzte Fernandes Zeichen für eine landesweite Versöhnung als Voraussetzung für ein demokratisches Zusammenleben und die Stärkung der nationalen Souveränität. Doch der Aufruf enthielt gleich zwei relevante Ermahnungen. Zum einen, dass die Krise der Demokratie allein mit mehr und vertiefter Demokratie überwunden werden muss und nicht mit deren Beschneidung. Zum anderen sandte der neue Präsident eine klare und scharfe Botschaft an die politischen Operatöre und ausländischen Hintermänner, der seit mehreren Jahren in südamerikanischen Schlüsselländern um sich greifenden rechtsradikalen Politisierung der Justiz. Mit ihrer als Lawfare bekannten juristischen Kriegsführung gegen renommierte Staatschefs wie Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina de Kirchner und Rafael Correa. Zitat Nie wieder eine Justiz, die von Geheimdiensten und Polizei durchsetzt und durch obskure Verfahren und mediale Lünchmorde vergiftet ist. Nie wieder. Zitat Ende. So betonte Fernandes die Forderung mit erhobenem Blick auf das hundertfache Publikum und fügte entschlossen hinzu Nie wieder heißt, Schluss damit. Als eine unserer ersten Regulierungsmaßnahmen werde ich deshalb eine komplette Reform des Justizsystems und einen Eingriff in den Geheimdienst anordnen. Zitat Ende. Eine Ankündigung, die tosenden Applaus unter den versammelten Publikum auslösten. Der Kampfansage an die Feinde des demokratischen Rechtsstaates folgte eine außenpolitische Ermahnung Großbritanniens. Vor knapp 200 Jahren haben die Briten 1833 die genuin argentinischen, von Spanien geerbten Malvinen-Inseln überfallen und halten sie seitdem unter dem Namen Falkland Islands mit einigen hundert dahin beförderten Briten besetzt. Im Jahr 1982 versuchte die argentinische Militärdiktatur von ihrer innenpolitischen Isolierung mit einem amateurhaften Feldzug zur Rückeröberung des Archipels abzulenken, der in einer dramatischen Niederlage mit Hunderten von Toten gipfelte und das rasche Ende der Diktatur im Jahre 1983 einläutete. Diktatur hin, militärisches Abenteuer her. Den Briten ist bekannt, dass die Malvinenfrage 45 Millionen Argentinier von extrem rechts bis extrem links nationalistisch vereint und Verhandlungen erfordert, die von den Tory-Administrationen abgelehnt werden, jedoch von einer künftigen Labour-Regierung nicht mehr arrogant verkannt werden können. Zitat, es gibt im 21. Jahrhundert keinen Platz mehr für Kolonialismus, Zitat Ende, so verkündete Fernandes über den großen Teich. Es ist anzunehmen, Jeremy Corbyn hat die Botschaft empfangen. Verbrannte Erde Fernandes' Hinweis auf die medialen Lünchmorde hat Folgen. Zum neuen Kulturminister ernannte der Präsident den auf internationalen Filmfestivals des mehrfach preisgekrönten Filmemacher Tristan Bauer. Wie das konservative Nachrichtenportal Info Bay richtig bemerkte, ist Bauer ein Mann des Kinos und auch des Staates. Er diente als hoher Beamter in der Regierung Nestor Kirchner und in der seiner Ehefrau und Nachfolgerin Christina Kirchner als Direktor des öffentlichen Mediensystems und anschließend als Intendant des staatlichen Radio- und Fernsehsystems. Baueres Name steht für den ersten Versuch der Demokratisierung des von einem halben Dutzend privater Betreiber monopolisierten Medienmarktes. Im Juli 2009 unterzeichnete Präsidentin Christina de Kirchner das vom Bauer vorgeschlagene Dekret 943-09, mit dem Radio y Televición Argentina RTA zum Betrieb eines landesweiten Satellitenfernsehsystems ermächtigt wurde. Im Prinzip zielt das Projekt darauf ab, mit dem privaten Medienbetrieb Konkurrenz aufzunehmen, ländlichen Schulen und einkommensschwachen Haushalten ein Basispaket von Bildungs-, Kultur-, Informations- und Kinderprogrammen zur Verfügung zu stellen, das gegen Entrichtung von 15 US-Dollar 40 für den Erwerb der entsprechenden Antenne kostenlos über Satellit empfangen werden konnte. Dem folgte das 2013 von der Regierung dem Parlament zur Abstimmung überreichte Mediengesetz, das auf erbitterten Widerstand vor allem der landesgrößten Mediengruppe Klarin stieß und mit einer virulenten Medienkampagne der Regierung Christina Kirchner erhebliche Popularitätseinbußen einbrachte. Bauers neue Amtsantritt wird von der Uraufführung seines jüngsten Werkes begleitet, dem Dokumentarfilm »Verbrannte Erde«, eine Chronik der katastrophalen sozialen Folgen der vierjährigen neoliberalen Regierung Mauricio Macris und ihrer Unterstützung durch die konservativen Medien. Der Trailer deutet bereits die kritische Tonlage und den Fokus des Narrativs an. Der Film erklärt Mauricio Macris unerfüllte Versprechen, aber auch, dass die Opfer zum Widerstand gegen die gewaltsam soziale Verelendung fähig waren. Das Werk setzt sich aus Eigenaufnahmen, jedoch überwiegend aus Hunderten von Amateurbildern, oft mit Mobiltelefon aufgenommen, zusammen. Team und Regisseur begleiteten vier Jahre lang die Auftritte der mehrfach angeklagten und politisch verfolgten Ex-Präsidentin Christina F.D. Kirchner durch das Hinterland. Sie erhielten Unmengen von Videoaufnahmen über das verbreitete Elend. Sie sortierten und kombinierten das Material, aus dem ein rabiat durchgesetzter Wirtschaftsplan mit tiefgreifenden sozialen Schäden erkennbar wird. Fernandes' Herausforderungen Der neue Präsident in sein Kabinett sehen sich selbst als Schadensbeseitiger und Hoffnungsträger. Bereits im November rief Fernandes daher den sogenannten Rat gegen den Hunger in Argentinien ins Leben. Anders als bei Präsident Lulas rein staatlichem Programm Forme Cero, übersetzt Null Hunger, aus dem Jahr 2003, berief Fernandes Unternehmer, Geschäftsleute, vielfältige soziale und politische Akteure und Verbände in die Organisation. Darunter selbst den konservativen Agro-Business-Verband Sociedad Rural, der sich für die Beschaffung billiger Lebensmittel engagiert. Die Hungerbekämpfung ist jedoch nur eine, vielleicht die weniger komplizierte Herausforderung an der Front um den integrierten Wiederaufbau. Die wahrlich explosive Aufgabe besteht in der Verhandlung mit den internationalen Gläubigern über Umfang, Zahlungsfristen und Zinserlasse in einem Wort, der Umschuldung der von Macri aufgenommenen und nicht zurückgezahlten sechsstelligen Dollar-Milliarden. Die neue argentinische Regierung lässt keine Zweifel an ihrer Rückzahlungsbereitschaft. Sie spekuliert mit keinem Zahlungsausfall. Zitat, Doch bevor man zahlungsfähig ist, muss man erst wachsen und die Zahlungsmittel erwirtschaften. So ließ es Fernandes in- und ausländische Gläubiger schon vorher wissen. Der Präsident ist sich der Unterstützung der schwer angeschlagenen einheimischen Industrie sicher. Sie soll gefördert werden. Zitat, Wir werden nicht diejenigen belohnen, die spekulieren, sondern diejenigen, die produzieren, erklärte er bei einem Treffen mit dem Argentinischen Industrieverband. Indes, von konservativen Regierungen wie Chile und Uruguay, rechtsradikalen Regimen wie Brasilien und einer hinkenden Diktatur wie Bolivien umzingelt. Wie soll sich Argentinien ab 2020 außenpolitisch verhalten? US-Präsident Donald Trump übersandte als einer der ersten Fernandes und Kirchner Glückwünsche zu ihrem Sieg und richtet sich offenbar auf einige Korrekturen im bisherigen Verhältnis mit Macri ein, die frühestens Mitte 2020 deutlichere Konturen annehmen werden. Ein weiterer zentraler Punkt wird die Frage sein, ob das Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union florieren wird oder nicht. Mit einem Besuch Lulas im Gefängnis setzte sich Fernandes bereits während des Wahlkampfes nachdrücklich für die Freilassung des populären Ex-Präsidenten ein, dessen Verhaftung er explizit mit Jair Bolsonaro in Verbindung brachte und sich damit den Hass des faschistischen Staatschefs zuzog, der sich weigerte, seiner Vereidigung beizuwohnen. Die sogenannte Realpolitik, vor allem Unternehmensinteressen, zwingt wahrscheinlich beide zu annehmbaren diplomatischen Beziehungen auf Kosten persönlicher Ablehnung. Dass das jahrzehntealte sogenannte strategische Sonderverhältnis nach Bolsonaros Attacken gegen den Wahlsieg von Fernandes in Eimer ist und Argentinien zu einer alternativen strategischen Allianztrieb, macht der einzige Auslandsbesuch des neuen Präsidenten in Mexiko noch vor seiner Vereidigung deutlich. Fernandes' Geheimdiplomatie war es zu verdanken, dass der gestürzte bolivianische Präsident Evo Morales in Mexiko Asyl erhielt, dass er nun auf Einladung des argentinischen Präsidenten gegen das Exil in Argentinien eintauschen wird. Argentinien ist schließlich auch in Anführungszeichen die Heimat aller Bolivianer. Es sei eine Ehre, Morales zu empfangen, erklärte Alberto Fernandes, der zugleich konziliante und scharfsinnige Hoffnungsträger nicht nur Argentiniens, sondern des gesamten lateinamerikanischen Kontinents. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.